Haben wir den Fiber genug da? Oder müsste auch noch gefarmt werden oder? Hyde ist auch ein Problem ne? Hyde habe ich im Fabrikator 34000 eingehauen Hyde habe ich auch nochmal Seht ihr, wir müssen auch unbedingt ein Backup-Früstungsset mitnehmen Jo, habe ich glaube ich Achso, wie? Ich habe hier rechts Lagerfeuer gemacht gehabt Da ist gleich drin, kannst du dir rausnehmen Ja Wie viel Movement Speed mach mal? User joined your channel Ah, da bin ich wieder Mach mal Gefühl So wichtig ist es jetzt nicht Oh doch Das ist wirklich wichtig, also ich meine, wenn die mit ihren Wölfen und Tigern kommen oder so Das kann dann echt böse enden Na gut, wie viel Gewicht machen wir? Sodass wir es einpaneln Mh Einen Punkt bringen 300, fast 2000? Ja Ich habe es jetzt auf 1200 Ok, ich habe schon 2000 Ja, wir sollten aber die jetzt nicht auf Transport-Dinos draus machen Ja gut, wir sollten schon ein bisschen was mitnehmen jetzt am Obsidian erstmal Neu Ich würde jetzt einfach nach Dinos gucken Bissl Obsidian für die Ancient Band und Stargates Und dann machen wir nochmal hin Und dann fahren wir richtig groß Okay Mit einem Kühlereich Jo Ja ok Ja, ich mache Muffin Speed habe ich jetzt 110% Mh Also 120 Minimum mache ich Mh Ja, wie gesagt, wir müssen mal mit dem Maulwurf uns gleich mal gucken, ob er dann den Sattel machen kann Das würde übrigens was ausmachen Also ich würde das jetzt schon gerne Also das macht nämlich diese rechte Antage mit rechter Maustaste in den Kanu? Oder den Kopf benutzt Ja, der macht den Jo, macht mehr Schaden Jo, macht mehr Schaden Kostet auch mehr Ausdauer bestimmt, ne? Jo Na dann, ihr macht schon, okay, alles klar Rüstungsset kommt Damit wir rüberschippern können Wollen wir nicht schwimmen? Genau so aus, gut Schwimmen? Hm Wir können auch schwimmen Ja gut, also bei so einem Schwimmen ist nervig Würde ich im Moment auch echt vielleicht von abraten Ich weiß nicht, wie die Haie sich verhalten Und manchmal hast du Pech Und da hängen dir drei Haie genau am Arsch Während so in der Mitte vom Wasser ist Okay Kann nervig sein Gut So, ich hab jetzt 130 Okay, sagt Bescheid 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 Okay Geht los Hallo, du hast gesagt Advanced Missy haben wir schon Ja, draußen Ja Hier drüben Was? Wo? Genau da Ich hab Munition Oh Gott, er hat ne Waffe Hast du jetzt wirklich Waffe mit Waffe Affe mit Waffe Affe mit Waffe Bäm 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 Ey, das müsst ihr euch echt mal Die, die es noch nicht kennen Das kennt wahrscheinlich schon jede Sau Ich hab's gestern das erste Mal gesehen Geht mal bei YouTube Affe mit Waffe ein Das ist so lustig Der mit der AK, ne? Ja, Alter Aber das ist, das ist, ähm Dings unten steht so 20 Centery Fox und so Aber das ist halt trotzdem ultralustig Ja Ich hab übrigens gefeiert So, und unser Plan ist, ähm, sie dir und ich Wir wollen jetzt gleich wieder Vulkaninsel machen Ähm, jetzt können wir uns mit den Kanus dann auch aufs Innere wagen Und wir haben uns schon ein bisschen rumgehorcht Auf jeden Fall haben wir mitbekommen, dass sämtliche Tribes, ähm, Imperium, äh, Crusader und so, ähm, dass die, die mögen anscheinend die PVE-Einstellung nicht so gerne Also, die meinen alle da, die, die, die Dinos machen so viel Damage, die würden Bin ich konform damit, dass die viel Schaden machen, ich find's aber geil, wenn das PVE ein bisschen herausfordernder ist, so Und es gibt ja genug Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann Bollas, Fallen und so, ähm, die endlich mal einen Sinn haben Vor allem die Fallen haben dann mal einen Sinn, ne So, gut, jetzt die Kanus wollen wir noch schnell hochleveln Da wollen wir für die Kanus noch schnell eine Rüstung machen Durch die One More Items und Many New Items Mod gibt's dann noch eine Rüstung Ich hoffe, dass wir die herstellen können, dann halten die noch ein bisschen mehr aus und dann machen wir auf der Vulkaninsel Holen ein bisschen Obsidian und suchen gleich nach besseren T-Rexen, also überhaupt erstmal T-Rexe und so Ich vermute man, das wird eine Menge Metall kosten, da können wir ruhig mal schon mal Metall reinpacken gleich Wollt's ne, bleib mal stehen Auf jeden Fall Die beste, die beste T-Rex-Rüstung, die macht 100 Arme und kostet 2500 Eisenbahnen Auf jeden Fall Da geht's nicht um den Base-Raid, dann geht es darum, diesen Sattel zu erobern Wenn man so einen sieht Das ist mal echt interessant, ja Ja, das Geile ist ja klar, es lohnt sich dann richtig in so einen T-Rex zu können Ja Das ist einfach mal viel wert, so ein T-Rex-Sattel So ein Boss wird das dann sein Ja, darum freu ich mich ja so, weil wirklich einzelne Dinos, das wird richtig cool Dann sind die Kala wieder bereit, ich guck mal eben Einen Tag und 15, 16 Stunden Oh je Ja, das ist gut so, find ich gut Einen Tag und 16 Stunden Spielzeit, ne? Mhm Ja, das ist nie wieder Also kann sein, dass wir pro Staffel einmal so, weißt du Aber ich find das okay Ich find das okay Das ist krass Das tut dann wirklich weh, wenn du so einen Kack-Dino verlierst Und daraus folgt aber auch, dass nicht mehr wahrscheinlich alle mit T-Rexen rumrennen werden Also vielleicht ganz ganz am Ende Aber so muss man natürlich auch sagen, okay, wir haben keine T-Rexen mehr, dann nehm ich jetzt einen Kano und level den hoch und so, weißt du Das wird dann noch mehr Mischmasch Ja Was ich auch wieder geil finde Guck mal, was du brauchst, Maulwurf Daraus folgt halt auch, dass wenn jetzt ein Weibchen ausgebrütet wird, dann noch mehr wert ist Wie denn? Kann doch kaum laufen Ne, für den Sattel, was man da braucht Wie soll ich denn das gucken? Weiß ich nicht Als war ein Smithy Ich kann doch grad nicht laufen Ich hab jetzt stamina auf 1000, ich glaube ich lass das jetzt so, oder? Bei mir stehen grad oben gescherte XP über 8000 Ja, bei mir auch Wie viel stamina hast denn du zu dir? 1000 Machst du noch ein bisschen Leben oder mach ich Millidermit? Ich mach Millidermit, ich hab jetzt 373 Millidermit 450 Scheiße nicht Aber ich mach noch ein bisschen Leben, glaube ich Äh, ich seh hier nix Hier vorne vor der Tür Ach Gott, Millidermit Wie viel Millidermit will ich auch 500 haben, das sieht schöner aus Ja, aber ich seh hier nix Ach, da vorne bei dir? Achso, ok Wir müssen beide wieder einen schönen Fleisch fahren Wegen, äh, Forcefeaten und so Also ich hab das bei mir jetzt auch so eingerichtet, dass das schön schnell geht, das Forcefeaten Weil wir liegen das nicht ausgestellt 540 Metall nur Wenn wir das, wenn wir, wenn wir arbeiten dran das auszustellen Ähm, aber so da haben wir es nicht ausgestellt bekommen, müssen wir das so erstmal machen Der Kano-Sattel hat 50 Amor und koste 240 Metall und Kleinkram Jo, okay cool Dann mach einmal welche, bitte Sind fertig, sind fertig Nee, der zweite läuft noch, das dauert ne Weile Ich will den Sattel sehen, ich will den Sattel sehen und zeigen Marka, komm Hey, wir wollen den Sattel Woden, 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 woden Woden, woden, woden Oh, seh die an, nicht du, ich will Ich will den Sattel Ich will den Sattel Oh Der Kano hat ein Blech am Arsch Ey, den müssen wir auf jeden Fall anmalen, oder? Der zweite ist auch fertig, ist hinten in dem Ding drin Mal's aus, wenn man den Kano dann irgendwie schwarz macht und den Sattel dann rot oder so, das sieht dann voll gefährlich aus Oh ja Ja man Nice Guck mal, meiner sieht viel cooler aus als deiner Tö Der Sattel, das können wir ändern Boah, Sattel kommt Wie viel Rüstung hat er? 50 ist gut, Alter 50 ist richtig cool Yay Jetzt sind die beide cool Warte mal Aber meiner ist immer einmal cooler als deiner Wieso ist deiner einmal Hä? Hat keinen Sinn Lass mal ein Foto machen, warte mal Macht eure Sterne aus Jo, stimmt Ich muss auch noch mal ganz kurz auf K klotern Lass mal irgendwo hingehen, warte mal da vorne Nee, nee, nee Dann kriegst du die Level noch ab Wat? Die Level Ich mach ja grad noch hier, äh, Foto Wir können ja gleich Fotos machen Lass mal ein Foto machen davor Lass mal, lass mal, lass mal da hoch hier, guck mal, da Hier Da die Rampe hoch Findest geil, wie wendig die sind, ey Ich dachte die... Genau Nee, lass mal hier hin, komm mal da hin Ja super, also ich bin jetzt oben Nee, hier ist besser, hier ist geil aus dem Hintergrund Hier ist aber Richtig krasse Aussicht So hier, komm mal rechts rum Gute, ich muss wenden Boah, die sind echt richtig gut wendig Ja, ich geh jetzt auch los Geh halt noch irgendwo Was, du gehst auf? Ja, ich kann dir was geben Oh nein, nein, ich geh jetzt los Ich kann dir was geben Ah, du gehst fahren Jo Warte Achso, wo? Bleib so Ja, du stehst ein bisschen Weg, Alter, komm mal nach vorne Hier im Schrank So Bleib so? Der andere Yeah, Alter Damit die dann noch einfärben wird das richtig Wenn die richtig fett aussehen Gib Buzzi Buzzi Warte Psst Kano Liebe Lalalala Achso, das ist wie Ich dachte, Fabricator Das Schild finde ich so super Wo waren die Kantinen? Im Fabricator, oder? Yep Wasser, was geht so? Oben Was heißt? Ja, hier unten gibt's auch Wasser Achso Standleiter ist knapp Genau ist da was drin Ah, durch da unten Guck mal hier So wie folgt Er möge mir folgen Alter Hier sind schon wieder tausend Türen Lassen wir mal ne Stunde nicht da Da sind hier tausend Türen Oh ja, der ist schön schnell Das ist angenehm Ja, hier Das ist die Höhle Kann man reingehen Also, da eine Kantinen würde noch fast voll werden Äh Wieso kann man hier durch? Wo sind jetzt hier Kantinen Und wo war jetzt Wasser André? Achso, folge mir Dir reicht aber nicht, um die voll zu machen Das Wasser Dein Wasser? Was? Oben das Wasser, oder was? Ja, oben reicht das Aber deins hat nur noch 273 Bist du her? Jo, hab grad eben geguckt Das sind drei Stück, ne? Was? Draußen Ja Ist leer Bei dir Also, wie gesagt, 273 hast du noch Ja, Bugs, komm mal her Ich check's nicht Okay Wo bist du? Hier, drin Ah, dann sagt er draußen Ne, hier Einmal da rechts Und einmal auf dem Dach gibt das Wasser Ah Und einmal auf dem Dach gibt das Wasser Ich bin gespannt, wie viel da noch rauskommt Wo kann ich meinen Kähn abholen? Ähm, vom Fabricator Tatsächlich Wer ist es? Ich kann dir einen voll machen, wenn du willst Oder du gehst aufs Dach Da kannst du dir halt den voll machen Ja, ich Was auf dem Dach ist leer Was ist leer? Ja, egal, wir kommen halt so wie eh zum Wasser Da kann ich so einfach reinhauen Okay Äh, Schiff hast du dabei, ne? Hast du noch ein paar coole Pfeile für mich? Warte mal, hab ich 53 Pfeile? Okay, ich hab coole Pfeile Wie viele hast du? 53, okay Das ist ja gut, dann passt das Dann los, ne? Wollen wir los? Ja, wir machen einfach wieder direkt, äh, Vulkan Runterspringen einfach Sind ja durchgekommen Schauen wir Nichts kill Okay Nichts kill Du bist so gut dann runter hier, hm? Bringst du ins Wasser? Äh, ne, ich spring nicht ins Wasser Ich mach nochmal sicher Ist ja egal Aber halten wir nicht so viel aus Na, mein Name ist schon wieder Level ab Hier kannst du deine Kantinen voll machen So, gleich hab ich 450 Äh, 500 Millilie Damage Ja, die schwimmen eigentlich ganz schnell Da wird ein Hai, wird dann nicht hinterher kommen Mh, TÜV ist glaube ich schon Ne, da kommt ein Hai hinterher, so schnell sind die nicht Die Haie sind verdammt langsam Außerdem können wir die auch platt machen, die Haie Das stimmt allerdings Ne, ich brauch sowieso noch ein bisschen Fleisch für mein Und dann haben wir auch ordentlich Haide zusammen, also alle Dinos auch gleich mitnehmen Äh, scheiße, ich hab die Bärtraps nicht mitgenommen Passt Nur sieben Stück Hast du welche? Eine Ne, hab ich sogar zuhause gehen lassen Naja, aber die T-Rexe machen böse Schaden zu dir Das... Keine Ahnung No risk, no fun Na gut Da, Dodos Oh nein, nicht Dodos Kriegst du nicht dort, hm? So Jetzt Einschlag Ich find's geil, wie wendig die sind, ey Okay Nice Wollen wir? Warte Warte, vorne ist ein Püppte Domina regeneriert Also den kriegst du? Okay, jetzt bin ich mal gespannt Ja Und... Und... Oh, der hat aber schon dolle geblutet Ah Ich hab kein Stamina mehr Da ist ein Dodos Okay, wollen wir von hier aus rüber? Soll ich ein Reft setzen? Das ist totes Wie ist die Standardtasse für Ingame-Voice? B Hier, äh, guck mal hier ist ein Püppte Lass zusammen umhauen Achtung Und... lass... Boah Ey, wir haben den kompletten dritten Staffel nicht ein Püppte gekillt Nice Soll ich Raft machen oder? Ja, lass mit Raft machen. Wird mir besser. Kann losgehen. Da hat das Ding schief. Da hat das Ding jetzt tatsächlich schief. Ja, Ui. Siehst du das? Nee, eigentlich ist es okay. Bei dir ist es gerade? Ja. Das ist witzig. Da vorne ist ein Schiff. Oh mein Gott, ein Schiff. Ein Schiff. Problem, ich sehe nichts wegen dem Segel. Wir werden sterben. Die sind jetzt Raketen? Ich weiß nicht, ob das Imperium ist oder nicht. Ist doch egal. Also steht hier Plus, Imperium Plus steht da. Ja, das sind die. Ja gut, das ist unsere Insel hier. Ich sehe es jetzt schon so kommen, dass Crusaders uns mit 20 T-Rexen jetzt angreifen oder so, ich weiß es nicht. Links oder rechts? Den müssen wir auf jeden Fall ein Auge behalten. Ich gehe mal rechts rum. Ich glaube rechts rum war schneller, oder? Okay. Da ist ein Spino. 24. 25. Wolf. Hört mich an. Hört mich an. Das ist ein Gegner. Ja. Klar. Dann komm her. Komm her. Drauf. Alter. Der spinnt doch. Bona. Wir hängen ineinander. Warte mal. Ah, wir hängen ineinander. Suche einer Bona weg. Bona, genau. Gute Idee. Kannst du den rauspfeifen? Kannst du den rauspfeifen dein? Trümmer J, Trümmer J, schnell. Hab ich. Okay, dann müsst ihr gleich rauspfeifen. Jo. Nein. Alter, wie können... Wie funktioniert das? Steck doch selber mal Ampel. Mach Follow. Oder so. So. Ja. Okay. Viel Schaden hat er nicht gemacht. Nee. Der getraut sich was. Hast du gesehen welcher Tribe das war? Nee. Okay. Da ist er. Der ist nicht schneller als wir. Der ist nicht schneller als wir. Okay, warte. Ich versuche ihn mal. Doch, wenn er springt, ist er schneller. Ja, ich bin Level 80. Oh, 10% mehr Move ins Beat und wir werden schneller. Ja, auf jeden Fall hat er Schiss. Bleib mal kurz stehen dort. Nee, nee, der ist weg. Vielleicht kommt der gleich wieder. Ja, versuchen mit dem Bonner zu erwischen. Aber ich will mich jetzt nicht endlich ablenken lassen von dem Typen. André, gibt's schon irgendwo Narkos? Oh, hinter mir. Ihm. Komm mal. Ist das der oder was? Das sind seine Freunde. Wer hat denn Wolf? Auf den linken Ast. Ich mach einmal Knockback. Funktioniert nicht. Wie sieht dein Leben aus? Gut. Rein, rennt weg. Das sind ein paar Schisser, Alter. Ich guck mal kurz, wer das ist. Es stimmt immer mehr. Da ist erst 3, dann 4, dann 5. Äh, ich muss eben Summler regenerieren bei meinem. Jo, wieso? Haben wir eigentlich... Haben wir eigentlich irgendwo schon einen Stepper? Der Parasair war doch irgendwie... Äh, freche Früchtchen sind das. Alles klar, da haben wir schon Geschichten gehört. Auch Chris meinte schon, dass die von denen genervt wurden. Der war hinter dem Stein. Hier ist einer bei mir. Okay. Ich kann mich genauso wetten wie der Wolf. Das ist so witzig. Der läuft weiter, aber es bringt nichts gegen mich. Es bringt nichts gegen mich, Kreise zu laufen. Ich, Leute, ich wurde auch gerade angegriffen von zwei Wölfen, von den Früchtchen. Die Wölfe konnte ich beide killen, die Spieler sind leider kaum. Nice, nice, nice. Okay, die scheinen ja, äh, aggressive Vorgehensweise zu haben, die Jungs. Auf jeden Fall. Die wollen Party. Bist du mit dem Wolf weg, Taldo? Ja. Ähm, dann kommt vielleicht... Der blutet! Der ist zu schnell. Komm her! Komm her! Wir sollten nicht zu viel Examina verbrauchen, die sind schneller. Ja, da müssen wir drauf aufpassen. Ey, wir müssen Bollas reinwerfen. Ich bleib mal so stehen, wenn der Vito kommt, gib Bescheid, wenn er kommt, okay? Warte, ich bleib mal so in dir. Ah, nicht, dass er jetzt meine, der verstecken bleibt hier. Okay, ich bleib mal hier so. Ich versuch den zu dir zu locken. Okay. Bleib du hinter einem Stein, okay? Ja. Da, wenn einer kommt, ich seh halt ja nix. Ich glaub fast schon, die sind abgehauen, weil der eine geblootet hat. Ja, also meiner hat noch volles Leben. Die Rüstung, die bringt's. Ich find das so witzig, wie die versuchen Kreise zu laufen, aber der Wendekreise am Karate genau so geht wie vom Wolf, alter. Nice. Okay, die sind weg. Also ich seh die nicht mehr. Okay. Ne, hier einfach hier runter. Okay. Stamina. Okay. Niedlich, die zwei Früschchen. Ja. Also wie gesagt, Ericsson wurde schon von denen getötet, glaub ich, ne? Der hatte auch schon Kopfgeld auf die ausgesetzt. Äh, und... Äh, selbst Chris hat von dem berichtet. Hat gemein, die nerven sogar uns. Und Crusaders nerven, bislang waren wir die einzigen, die das gemacht haben. Aber ich fand's, wir haben uns grad gut geschlagen, so. Oh ja. Ach. Wir hatten halt unbedingt irgendwie nen Boller, aber es ist halt dann schwierig, wenn du absteigst, ähm, du musst halt dann erstmal in Fahrt kommen und so. Ja. Cool. Den Kamm hatte ich noch nie. Zwei Kanus gegen zwei Wölfe, das war witzig gewesen. Drei Wölfe waren das sogar. Drei Wölfe? Aha. Nice. Also meiner hat auf jeden Fall kein Leben verloren. Meiner glaub ich auch so gut wie nichts. Jo. 100. Stamina. Also immer wenn Stamina auf 40% ist, dann wieder regenerieren. Wird sie jetzt wiederkommen oder so. Haben wir schon einen C-Smithy? André? Ne. Also ich werte bei denen... Da ist noch nicht weg. 11. Wir können sie unter keinen Umständen trennen. Jo. Hm. Sagte er und war weg. Jo, ich komm zurück. Lootcrate ist nicht hier. Da kannst du ja hinsetzen, ja. Wenn sie dahin passt. Jo, ich seh dich. Gefällt mir das mit dem Kano. Ich denke das nur ein plus extra von den kleinen Dinos wird mit der Pimp My Dino Mod wird der Sabertuch denke ich sein am Ende. Könnte ich ihm gut vorstellen. Ja, wobei den kann man halt leicht runterkriegen wenn weiter dann. Oh, es gibt gute Obsidian eins. Ich hab schon über 200. Das gute ist, der Vorteil bei Kano ist natürlich, im Gegensatz zum Sabertuch, dass Bollas nicht funktionieren. Beim Kano. Oh. Das macht dann schon einen Unterschied aus. Aber man kann auch den Spieler treffen glaube ich, oder? Ja. Kannst, äh... Klar kannst du den Spieler treffen, ja. Aber es ist schwieriger als auf dem Sabertuch, weil du bist weiter oben. Ja, ja. Und du hast Knockback gegebenenfalls. Wie viele Obsidian ist das? Schon 500? Mhm. Ah, 500. Ja, so 600 kriegt man raus ungefähr.